Eine große Verantwortung liegt nur noch auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, sahen Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepuff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen, immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter ein ausgerechter Himmler. Getreuste wird treu. Das ist der schlimmste Verrat von ein. Göring, ja. Er war korrupt. Immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das echt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon dort. Geht! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscher ein. Und holen Sie mir, Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort sein Bericht! Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscher ein. Ich will sofort sein. Mein Mann, lasbren Sie mich mit Ritter von Greim, Untertitelung des ZDF, 2020